Musik Herzlich Willkommen im Möbelhaus Huber. Es freut mich, Sie heute gemeinsam mit meinen Einrichtungsberatern Reinhold und Reinhardt durch unser schönes Möbelhaus zu führen. Musik Musik Eine Garnetur im argentinischen Prinzleder, die massgenau in drei verschiedenen Sitzhärten und verschiedenen Armteilen möglich ist. Musik Dazu diese Wohnwand in sieben Holzarten, individuell planbar und das mit diesem schwenkbaren TV-Teil. Musik Der Schlaf, das Fundament für Gesundheit und Wohlbefinden, liegt uns ganz besonders am Herzen. Durch viele Diplome bis hin zum ärztlich geprüften Schlafberater sind wir bestens ausgebildet für Ihre Schlafplatzgestaltung. Schlaf im Hartschlag der Zirbe Zirbe senkt beim Schlaf die Herzfrequenz und verbessert die Schlafqualität und die ganzheitliche Regeneration. Musik Auch für unsere jungen Kunden haben wir die passenden Einrichtungen zu leichtbaren Preisen. Wie hier zum Beispiel eine Wohnwand im italienischen Design mit schwarzen Glasfronten zu einem Preis von 1148 Euro. Musik Oder eine Bettanlage, die es in verschiedenen Farbzusammenstellungen gibt, schon um 357 Euro. Musik Ein Sofa in atmungsaktivem Kunstleder, das sehr schnell zu einem Bett umfunktioniert werden kann. Musik Und hier haben wir einen ganz besonderen Ausziehtisch im Bambusmassiv, der ganz nach Ihren Bedürfnissen ausgezogen werden kann. Musik Und natürlich gibt es auch die Bank Ausziehbar. Musik Hier ein Vorschlag von einem Schrankraum, der zentimetergenau für Sie geplant wird. Musik Fachböden und Kleiderstangen sind einfach zum Verstellen. Musik Dieses romantische Balkonbett in Dannemmassiv wird aus ca. 100 bis 150-jährigem Holz gefertigt. Die Oberfläche ist von Hand gebürstet und wird mit natürlichem Wachs behandelt. Musik Jedes Bett ist ein Unikat. Musik Auch die allerkleinsten Kunden fühlen sich in unserem Spielbett in Massivholz sehr wohl. Musik Wir planen für Sie Gästezimmer und Ferienwohnungen genau nach Mass. So dass sich die Gäste auch wirklich wohl fühlen können. Musik Ich führe Sie nun in die Welt der Küchen, wo es besonders wichtig ist, eine optimale Bedarfsermittlung durchzuführen, damit Sie Ihre Traumküche bekommen. Hier sehen wir eine Mineralwerkstoff-Arbeitsplatte mit integrierten Becken, ohne Fugen, ohne Rillen, um Ihnen die Pflege so einfach wie möglich zu machen. Musik Hier sehen wir nun einen Eckküchenschrank der besonderen Art mit extrem viel Stauraum. Musik Auch in einer kleinen Küche kann man frühstücken. Musik Von der modernen Hochglanzküche bis hin zum Landhausstil, wir führen alles in unserem breiten Sortiment. Musik Und nun wünschen wir allen Zuseher schöne Weihnachten und erholsame Feiertage. Dankeschön! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020